herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele heute mal wieder mech arena und bald kann ich mir meinen neuen mech holen ich habe schon 992 arcoins also in vier tang kann ich mir meinen neuen mech holen ich weiß nur noch nicht welche nicht mehr holen entweder tango oder stalker welchen soll ich mir dann holen ich tendiere ich weiß nicht wo ich tendiere habt ihr eine idee welcher besser ist welchen ihr besser findet tango oder stalker naja bis dann das habe ich noch zeit auf freitag bis dann will ich meine kohle zusammen haben und dann werde ich mir dann von den beiden kaufen ich bin die ganze zeit schon an überlegen welchen von den beiden naja egal gut ich spiele was spiele ich denn sprich wettbewerb geht das schon ich glaube noch nicht ist noch so früh drei stunden noch warten dann spiele ich ja die drei runden hier einmal schnell runde 5 gegen 5 und 2 auf gute runde viel spaß ok wir starten mit dem konflikt team a gegen team b ich glaube das sind alles nur mpcs ich fange mit den ganz linken an weil ich weiß dass ich sie wahrscheinlich nur hier benutzen kann auf dieser mit und 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 Halbes Leben weg. Ja, dann schauen wir mal, was wir hier alles erwischen. Jawoll, ja. Ein Kill. Aber wenn ich mit dem hier spiele, ist gut für mich, aber schlecht fürs Team. Nichts getroffen. Will ich denn erhoffle dich? Mein Zielwasser ist ausgeladen. Das kann, kann. Ja. Äh. Halt nicht. Äh, Mist. Hat er sich wegbewegt. Hat er mich doch noch erwischt. Gut, dann geht es jetzt zum nächsten über. Und das ist der hier. Mit dem hätte ich sowieso spielen müssen, weil ich brauche ja, muss ja meine Quests aufgefällig machen. Ha, ha. Ah, bleibt er nicht stehen. Ah. Ah, es gibt sody. Ah. Ich war nicht dabei. Was ist so passiert? Naja. Wir wollten den anderen auch mal eine Chance geben. Aber es war eine schöne Runde, weil ich habe gewonnen. Welchen Platz habe ich? Platz Nummer 2. Ach ja. Ach, Platz Nummer 3. Ich sage ja, der eine mit der Artillerie, der ist in einer Hinsicht gut, in einer anderen Hinsicht scheiße. Gut, dann geht es mal weiter zum 5 gegen 5 bis gleich. Okay. Die Runde 5 gegen 5. Zum Beispiel in dieser Runde hätte ich den mit der Artillerie nicht benutzen können. Ja, okay, benehmen kann ich mich auch nicht. Das war aber was anderes. Ja, ich werde jetzt erstmal mit denen, mit denen ich gerade aufgehört hatte, weiterspielen. Ja. 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 da hinten steht einer genau dem ich gehe nach reihe schilder hochfahren und los geht's die erste runde ging es geht weiter mit dem panzer können direkt von einlaufen wir sind stark oder wir halten viel aus stark nicht aber halten viel aus die munition vertreiben den kleinen und down ist er ja 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 ach meine munition oder was heißt munition ist ja keine munition ist ja ein strahl ich denke hier ab und ihr schießt die vollenden jetzt ab ja los macht das mal ich verzichte auf die ganzen kids für euch naja das war es dann schwein 0 gewollt ich überlege gerade habe ich mit den einen gespielt ja ich glaube mit denen ja habe ich mit denen gespielt nein habe ich nicht hatte ich nicht am anfang genommen ich hatte noch am anfang gehabt warum habe ich da kein naja egal egal nicht drüber nachdenken einfach weiter spielen ich war das schlechteste ja das schlechteste aus meinem team aber der beste aus einem anderen team egal 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 heute ist alles egal gut wir gehen weiter zwei gegen zwei viel spaß die nächste runde 2 gegen 2 ich fange mit denen hier an weil ich brauche ja ich muss doch irgendwie die quest fertig machen und gerade gesehen er hat doch den gezählt gehabt hat er irgendwie nur nicht angezeigt ha 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 hey der alten schläft der ist afk ne doch nicht der tanzt die not her das ist ein tanzbär 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 der das ist ein tanzbär aber hier rum hüpfen Oh! Falsch Richtung gesprungen. Bislang liegt die an gewinnen. Jetzt nehmen wir mal ihn hier. Haben wir heute noch gar nicht gehabt. Zack, der ist weg. Anvisieren und 3, 2, 2, 1, 1, 1, Schuss. Der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Upsa. Vierte weg. Oh, da ist wieder einer. Und der ist noch nicht ganz weg. Aber jetzt ist er weg. Sechste weg. Zechste weg. Okay. Das geht auch. Acht weg. Mensch, das geht ja wie ein Schnürchen. 3, 2, 1. Okay, der war jetzt auch weg. Jetzt nehmen wir ihn hier. Dann haben wir mit allen gespielt, die ich zur Verfügung habe. Ja, ich habe noch mehr zur Verfügung, aber die in diesem Hangar sind. Nein, komm nicht so nah. Du musst sonst sterben. Tut mir leid. Das war der Erste. Oh, da schießt einer. Was? Waaaaat? Fuck. Na, gut. Aber so wieder. Zack. Schön, dass es ganz lebe. Mist. Der andere stirbt bei denen dahinten die ganze Zeit. Mensch. 3-2. Na gut, dann nehme ich meinen Raketenwerfer hier. Wir wollen ja noch probieren zu gewinnen. 4, 3, 2, 1 und... Daul ist er. Gewonnen. Nummer 1. Mein Mesh. Mir ist jetzt einmal MvP heute geworden. War ich denn davor? Ne, da war ich auch nicht. Ne, erstmal MvP heute. Aber alle drei rum gewonnen. Und das war mir sowas von egal. Heute ist egal. Alles egal. Gut. Heute ist alles egal. Was nicht egal ist. Ich habe meine Quest fertig gemacht. Da bin ich gerade gesehen, ich bin ja jetzt schon bei über 1000 Punkte. Vielleicht kriege ich ja schon vor Donnerstag. Ne, ich glaube das wird das am Donnerstag sein. Also am Donnerstag kann ich mir einen neuen Mesh aussuchen. Gut, gut, gut. Dann weiter geht's nicht mehr. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal mal seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ihr habt euch wohl. Tschüß. Tschüß. Untertitelung des ZDF, 2020